hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft legends wieder eine neue aufnahme ich würde sagen wir starten auch gleich los haben wir die ganze bande wieder bei uns hier ich will noch ein wenig verbesserung schnell bauen ich muss noch mal kurz gucken wie waren das alles hier genau den hatten wir gebaut wir können gar nicht so viel verbesserungen bauen wir uns wieder sachen fehlen genau den hatten wir dass wir mit 15 kreaturen mehr mitnehmen können ja sonst können wir noch nichts anderes bauen leider nicht gut dann würde ich sagen schauen wir doch einfach mal wir sind in der goldene mitte zerstörte pickel im basis okay die haben wir platt ich würde sagen wir gehen mal zum dorf guck uns das mal an und sammeln nebenbei ressourcen so würde ich doch mal starten ich glaube das können wir machen was fehlt uns denn so gut wie alles ne gestein fehlt uns ist das hier gestein dann bräuchte ich gestein wo krieg jetzt gestein her sollten wir auch irgendwo finden ist kein gestein naja irgendwas bauen sie ab soll mir recht sein hier sind wieder gegner auf sie immer fleißig drauf da gibt's noch das arme lama was ist natürlich nichts getan wir sammeln immer noch ein bisschen gestein die habe ich jetzt wieder voll okay gehen wir hier so ein bisschen am rand lang wäre cool ich weiß nicht ob man hier auch irgendwas ein bisschen entdecken kann auf der map auf jeden Fall versteckte sachen sind das war natürlich auch nochmal ganz cool nochmal anreiz die karte zu erkunden aktuell hatten wir nur einmal dieses fragezeichen kann ich ja ich kann nicht kaputt machen die ollen ranken kann ich nicht kaputt machen schade schade welche glitzert es doch so schön weizen das gestein kann man das abbauen wir bauen es mal ab kohle und redstone wir haben einen schlüssel entdeckt haben wir den jetzt ja wahrscheinlich auch eh ne ok ok gut haben wir den jetzt ich seh ihn gerade nicht aber wenn wir die nächste truhe sehen versuchen wir es doch einfach mal so da hinten haben wir das dorf so haben wir hier eisen eisen haben wir voll aber noch irgendwo kohle oder irgendwas kohle redstone irgendwas in die richtung haben wir gar nicht hier ne nö hallo wir haben ein bisschen was erhalten bisschen was ist gut stein ist jetzt voll ha ha so das haben wir jetzt auch hier da haben wir jetzt auch ein kringel drum das heißt das haben wir wohl dann auch entdeckt das waren dann alle dörfer die wir soweit entdeckt haben ja die jagd horde sagen wir mal zu denen und versuchen die mal ein bisschen das leben schwer zu machen ich würde aber mal ganz kurz hier kurz schauen x äh ein bisschen aufrüsten also den würde ich mal machen davon würde ich einen machen was zum heilen haben wir auch nicht mehr so noch einen davon und noch einen davon kommen so dann haben wir uns auch alle und dann auf dann schauen wir doch mal ob wir da irgendwas machen können Ressourcen sehe ich hier gerade oh nicht wieder in die Dorn Ressourcen sehe ich hier gerade leider keine ist echt ziemlich öde hier jetzt gerade da hier gibt es nicht so viel Wüste halt also Wüsten mäßig alles ich werde die Sonne nie wieder als selbstverständlich betrachten schau dir am besten deine Karte an um zu sehen welche Art von Schaden die Piglins letzte Nacht angerichtet haben da sind wir dann auch schon ja komm das ist nicht so groß das dürfen wir hinkriegen alle drauf ja ist ein bisschen stabiler das Gebäude aber da ziehen wir hin zu viel haben wir hier nicht oh das kann mal aufpassen das sieht nicht gut aus für mich so das hätten wir erst mal die Kaserne noch nie nieder machen da drei Kaserne so komm die haben wir gleich so erste Kaserne ist weg dann mal hier rüber nächste Kaserne können wir hier mal ein paar umstreunern und uns beschießen auf die Kaserne Leute auf die Kaserne muss man das mit dem Befehl noch mal angucken dass das alles hier ein bisschen besser koordinieren können jawohl und dann hier noch die nächste und dann befreien wir gleich die was müssen wir da befreien Schweine die guten Schweine sehr gerne Art genossen hier so so die haben wir jetzt mache ich schnell die Käfige auf dann machen wir das Ding da oben kaputt so einmal zweimal haben wir noch einen Käfig nein wir hatten zwei Käfige jetzt müssen wir noch das Teil da oben kaputt machen und dann hätten wir es ne dann hätten wir es ja jawohl ja sehr schön gut das gefällt mir doch ähm jetzt kriegen wir überall das Zeug ok kriegen wir auch bei manchen was anderes ne ne wir kriegen überall das gleiche ok oh das wollte ich gar nicht dann dann schau mal was haben wir denn haben wir irgendwas in der Nähe wir hatten da glaube ich noch so einen kleinen Außenposten in der Nähe ne den hier den würde ich doch gerade mal aufsuchen wieder nach Ressourcen Ausschau halten ob aber was hinten unterwegs aber wie gesagt ich glaube hier in der Gegend ist das oh uiuiui das war knapp schaffen die das? guck doch mal hier stehen dann einfach so auf dem Polo Vorrat das geht natürlich nicht ich bin vorsichtig hier oh runter sehr schön jetzt steigt die Kohle so habe ich mir das vorgestellt also ich habe mir jetzt vorhin nochmal kurz in Ruhe Ding angeschaut gehabt ähm die Verbesserungen die ich hatte aber ich habe immer noch nicht rausgefunden wie ich Creeper, Skelette etc. spawnen lassen kann oder ob ich das überhaupt kann also eigentlich hieß es ja es geht oder ich muss die jetzt echt immer da bei ihrem da in ihren Lagern halt abholen dass ich die jetzt so freigeschaltet habe quasi das wäre halt das wäre halt das wäre halt aber noch schrauf knüppelt es wieder olle Kaserne hier haben wir ein paar von diesen komischen Sturzdingern die sind halt lästig ne dass die dich immer wegschießen die Teile oi 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 des seit dem zu müssen wir auf jeden Fall kaputt machen der ist ja echt gefährlich aber so müsste es gehen So. So. Jetzt machen wir die hier kaputt. Die nerven ja nicht. Oh, stimmt da glaub ich auch nix, ne? Oh, stimmt da glaub ich auch nix, ne? Dann haben wir noch so einen. Da muss auch weichen. So wie alles andere mir. Aua. Aber ich muss sagen, läuft schon mal besser. In der letzten Aufnahme. Da wären wir eigentlich ganz recht, wenn ihr nicht in die Lava lauft, Leute. Danke. So. Die befreien wir mal. Haben wir ja davon eigentlich irgendeinen Vorteil, wenn wir die befreien. Also ich frag ihn so, weil... Irgendwie krieg ich irgendwie dafür nix. Hier krieg ich, wenn ich die kaputt mach, krieg ich da das Erz hier. Hm. Oder zählt es dann einfach auch nicht als abgeschlossen, wenn man sie nicht begreift. Das weiß ich jetzt gar nicht. Sehr schön, sehr schön. Gut. Ich bräuchte Redstone. Wo hatten wir Redstone das letzte Mal? Ich glaub hier hatten wir viel Redstone. Ähm. Die Zombies sind total aus dem Häuschen, weil sie geholfen haben, die Oberwelt von dieser dunklen Piglin-Magie zu befreien. Piglin! Okay. Alles klar. Ähm. Wir gehen einfach mal zu den Zombies. Ah, Moment. Bevor wir zu den Zombies gehen, spawnen wir mal kurz hier, äh, zurück. Beamen wir uns zurück. Porten wir uns zurück. Wie auch immer. Ähm. Schau ich grad mal. Ja. Ja, jetzt können wir ja wieder bauen. Was wollte ich denn bauen? Was wollte ich denn bauen? Was wollte ich denn bauen? Das Ding wäre nicht schlecht. Da können wir mehr Ressourcen tragen, auf jeden Fall. Xx. Den bräuchten wir eigentlich auch, ne? Jetzt schauen wir mal, wie wir das machen. V waren die? Genau. Wenn ich mit der Kiste anfangen... Das ist sehr schön. Die kann ich jetzt wieder nicht machen. Nee. Was fehlt uns denn da schon wieder? Ah, wieder diese... Sind es die Smaragde oder... Keine Ahnung. Die fehlen uns jetzt natürlich mal wieder. Dämlicherweise. Gut, wir wollten zu den... Oder beziehungsweise ich wollte zu den Zombies gehen. Das machen wir doch einfach mal. Gibt es wieder was? Redstone könnte ich immer noch gebrauchen, ja. Eieieiei. Guck mal, hier haben wir ein bisschen Eisen. Wenn wir gerade da sind, können wir das auch ein bisschen auffrischen. Auch nicht so viel, aber... Wir können jetzt ja... Nee, Eisen können wir zum Beispiel nicht mehr tragen. Okay. Holz können wir, glaube ich, jetzt mehr tragen. Dann mal hier rüber. So. So. Was knallt hier so? Oh, die Pfeife hier. So. So. Wird wieder Nacht, ne? Ist ein bisschen wie bei Zelda Breath of the Wild, ne? Oder liegt das... Nee, das liegt daran, dass wir hier bei denen sind. Aber wie sollen wir das Ding da oben einnehmen hier? Das ist ja riesig. Boah. Ja, den Vergleich, den ich jetzt hier gerade bringen wollte mit Zelda, der hält sich darauf bezogen, dass, ähm, wenn's dunkel wird, oder, äh, gibt's auch diesen diesen... Ich weiß nicht, wie nennt man den? Glutwurm. Ja, wo dann die Gegner wieder spawnen. Dafür gerade es wird dunkel, jetzt kommt ein Triegelins, und deswegen wird jetzt das... Regnet diese rote... äh, Glutbrückchen, keine Ahnung, was weiß ich, was das ist. Aber, ich glaub, das liegt daran, dass wir... In der Nähe von diesem Ding in Warnung, ne? Die Festung war ja riesig. Wie soll man die einnehmen? Mich würde interessieren, ob auf den Bergen da oben was versteckt ist. Ähm, Halt, 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 Halt. Die krassesten Truppen haben wir jetzt nicht mehr, aber vielleicht reicht's noch. Ich kann sie an den Kappflug machen. Mach's der Turm dran. Ui. Auf den Turm. Oh, oh, oh. Das ist aber echt hartnäckig, der Turm hier. So. Jetzt müssen wir diese ganzen Spawner hier kaputt machen. Beziehungsweise, wenn wir erst die kaputt machen, geht dann vielleicht alles andere auch kaputt. Der ist aber äußerst praktisch. Ich glaube nicht. Ich glaube, der baut nur dieses Zeug ab. Das ist wie so ein kleiner Bordturm. Ja, tut euch keinen Spawner, ne? Ihr dürft gerne mitmachen. Nicht alles nur Chefsache hier. Ein wenig erfolgreicher diesmal, ne? Das letzte Aufnahme war ein bisschen chaotischer. Das ist ja ein bisschen mehr System. Allerdings, ich habe es nicht so viel zu erzählen für mich. Und die letzte Aufnahme fand ich schon sehr ruhig. Es tut mir leid. Aber das Spiel bietet gerade nicht so viel Bedarf zu erzählen. Ich glaube, ich muss mir noch ein paar Themen bereitlegen, über die ich dann ein bisschen quatschen kann nebenbei. Und dann müssen wir den noch kaputt machen. Das dürft es dann aber auch gewesen sein. Panisch sie davon hoffen. Nein, bitte ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Jawoll. Wir haben es geschafft. Da kann ich ein bisschen Kohle abbauen. Abbauen lassen. Dann lass mal so. Erkot, schließt dich uns an. Dir auch. So. Hm. Du dürftest auch mitkommen. Da haben wir auch noch ein paar. Sind wir denn schon da? Na, fast, ne? Wir haben ja gespannt, wie die Zombies hier so hausen. Was soll ein Dschungel? Die hausen also im Dschungel. Die Skelette im Schneegebiet und die hausen im Dschungel. Was ist das? Das Redstone? Ja, ne? Also ich würde das jetzt mal als Redstone erkennen. Dürftest, glaube ich, bald wieder dunkel werden. Ich glaube, es ist eine Uhr, habe ich hier nicht. Boah, guck mal, hier ist ein fetter Redstone-Vorrat. Ist überall Redstone. Oh, was war das? Da hat sie wieder wohl geschlossen. Ja, da tanzen sie vor Freude. Könnte ich hier rein theoretisch auch bauen. Das könnte ich. Okay. Gut, jetzt sind wir mal bei den Zombies hier. Haben wir hier irgendwas? Bei dem ich sagen würde, ja. Da sehe ich mich jetzt. Also die Dinger sind ja gigantisch groß. Das ist ja abnormal. Die Portale. Könnten wir so kleine Außenposten platt machen. Das war fast schon wieder müssen, glaube ich, ne? Weil von den... Wie heißen die jetzt eigentlich? Ich muss gerade mal kurz gucken, wie das heißt. Da, was ist das? Prismarine. So, von den Prismarinen haben wir ja nicht so viel. Die Sonne geht unter. Das bringt die schlimmste Seite der Piglins zum Vorschein. Behalte die Dorfbewohner im Auge. Hat wieder ein Dorfbewohner Stress. Da geht's ab. Dann würde ich fast sagen, die gehen in das Dorf, ne? Würde ich doch da mal rüber gehen. Und dann würde ich hier mal ein bisschen aufrüsten. Jetzt schauen wir doch mal, was haben wir denn? Ähm. Okay. 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 Okay, den können wir nicht bauen, weil da fehlt uns Eisen. Wir müssen das mit dem Eisen vergrößern. Okay, alles klar. Die würde ich mal bauen. Wir bauen einfach mal hier ein, hier ein, hier ein, hier ein, hier ein. Okay. Guck mal, machen wir hier noch. Noch mehr. Ich weiß gar nicht, ob das was groß bringt, was wir hier haben. Also klar, wir beschützen das Dorf so ein bisschen. Ob das jetzt so die Welt reißt hier, was ich hier mache, ich weiß gar nicht. Alles kreuz und quer, durcheinander und super schön, toll. Ist da was drin für mich? Oh ja. Wir können es uns hier mal angucken, hier. Wenn wir schon hier in der Nähe sind. Ich frage mir einfach. Ich frage mir jetzt plus. Ich frage mir. Vielen Dank.